Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Superfati und wir spielen zusammen Dead Island. Ja, ich bin hier gerade so ein bisschen rumgeschlichen und habe ein bisschen was eingesammelt. Und da habe ich doch noch tatsächlich hier einen gesehen, der eine Mission für uns hat. Oh, poor son of a bitch. Ich dachte, er würde es machen. Ich glaube, ich war falsch. Danke, ich habe die Hilfe. Das habe ich nämlich gerade gar nicht gemacht. Was haben wir hier denn? Marete. Das ist Stufe 13. Stufe 9. Dann kann ich ja besser die hier verkaufen, aber ich habe zu wenig Geld. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? 51, 61. Den verkaufe ich auf jeden Fall. Ja, komm her, weg damit erstmal. Wir haben genug Power. So, dann würde ich sagen, dass wir mal Snooche die Hauptmission weitermachen. Das bedeutet, wir müssen den Mechaniker finden. Und da fahren wir auch mal hin. Ja, was habe ich gerade noch gemacht? Ich habe gerade noch die eine Waffe, die exotische aufgelevelt. Und ich glaube, Schock habe ich da drauf gemacht. So, dann merken wir uns da nie wieder hinfahren zu der Kreischalten. Das wird nichts. Boom. Boom. Oh, da habe ich einen nicht erwischt. Bam. So. Jetzt müssen wir hier nämlich abbiegen. Da unten waren wir glaube ich schon, ne? Als wir zu den Fackeln gegangen sind. So, aber ich will jetzt noch mal da drin gucken. Weil da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, was da drin ist. Da war doch so ein Bomben-Ding. Ich habe ihn noch gehört. Wo ist er denn? Ist er da drin, ne? So, die 50 nehme ich mit. Die sind alle tot. Wo ist er denn? Oh, der ist da drin, ne? Komm nicht. Zieh der einen über das Schädel, doch. Ich schreibe es mich einfach an, da. So geht das. So, da haben wir. Was haben wir da? Einen Stock haben wir gefunden. So, jetzt aber. Bam. Nächste Fall. Boah, was schmatzen die. Den nehme ich noch mit. Sehe ich nämlich gerade. So. Da ist er. Mann, kannst du nicht eben aufhören? So, Tür zu. Dann nehme ich die Schaufel noch mit. Einen Ausweis haben wir gefunden. Top. Nummer 15. Nahrungsmittel. Was liegt hier denn sonst noch? So, jetzt will ich den noch im Austricksen. Ich hoffe, das funktioniert. Oh, ich kann den aufleveln. Was steht hier denn? Medikids. Medikids benutzen wir gar nicht. Bis jetzt noch nicht. Mache ich das oder mache ich erstmal Dietrich? Ich mache erstmal Dietrich. Dietrich ist richtig. So, jetzt wollte ich den im Ausrüsten. Welchen haben wir hier denn? So, das ist eine Machete. Den habe ich aufgelevelt. Und den. Was haben wir hier denn? 161. 300. 161. 119. Dann machen wir den hier mal weg. Wo ist der denn? Der ist oben in der Mitte. Rostige Schaufel. So. Da ist er. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ja, komm her. Das war natürlich nix. Den Hammer. Habe ich den Hammer? Ja, der Hammer, der ist aber so scheiße. Komm her. Dann kriegst du den auch noch. Boom. Boah. Scheiße, verdammt. Wechsle ich doch. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, Mann. Das gibt es ja gar nicht. Da stand ich doch tatsächlich zu dicht dran. Die scheiß Schaufel. Die kriege ich wieder. Toll. Ah, dann ist das, äh, damals unter Garantie irgendwo reingeglitscht. So, wo sind sie denn? Ja, den Hammer kriege ich auch wieder. So, ja gut, dann ist er das erste Mal totgegangen. Ich dachte, scheiße. Und dann auch noch gleich 200 Cash weg. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ärgerlich, aber ist nochmal so. Ja, gut, gehen wir weiter zum Mechaniker. Ja, weil da haben wir auch alle Hände voll zu tun. Ich glaube, die kriege ich aber. Bam. So, die eben schnell platt machen. Oh, die glitschen da rein. Habe ich denn nicht noch so Schreihals gehört? Wo bist du? Ja, klar. Wo ist er denn? Ha. Das Gebäude ist sonst auf. Früher zumindest in der Playstation-Version. Da ist noch so einer. Oh, bloß weg hier. Die kann man eigentlich relativ gut mit der Pistole fertig machen. Dann ist man ein bisschen weiter weg. Dann braucht man auch nichts irgendwie opfern. So, was haben wir hier denn? Lichte noch was? Ja, Kinders, wenn ihr schon rumschreit, dann kommt ihr auch her und kämpft. Nicht alle in der Ferne rumschreien und und. Wo sind die denn jetzt? Dann leck mich am Arsch. 50 Meter? Warum ist das denn 50 Meter? Oh, die sind noch festgeglitscht. Ja, komm her. Du bist noch nicht tot. Saubreich. Ich habe sie doch gehört, verdammt. Ich wusste doch, dass sie irgendwo sind. Ja, da haben wir ihn gefunden. Den Mechaniker. Wollen wir eben schnell einen Schluck trinken. So. Wir müssen schnell alles einsammeln. Oh, Pistolenmunition. Jetzt geht das nämlich los. Mit Pistolenmunition. Und wenn wir in der Kirche sind, dann können wir, dann können wir, glaube ich, zum ersten Mal, die Drehstufe 2, haben wir noch nicht. Beziehungsweise in der Hauptmission, dann müssen wir die Pumpenstation müssen wir, glaube ich, säubern von den Typen. Von so bösen Typen. Und dann kriegen wir unsere Pistolen. Reparieren. So, dann rüsten wir wieder aus. So, 161. Ja, das ist der, ne? So, Homie, was hast du für mich? Sie können nicht helfen, was sie sind. Sie sind in der Kopf. Ich zeigte etwas Kompassion. Ich wurde getötet. Bis morgen, ich werde einer von ihnen sein. Ich habe vielleicht sechs Stunden left. Wahrscheinlich weniger. Aber, bis dann, kann ich immer noch etwas Gutes tun, richtig? Was willst du, das Ding zu sein? Eine Rollen-Fortresse? Eine home-made-Tank? Ich kann ein bisschen Armour oder was auch. Schürze, die Wehrschaft werden, der Mechaniker arbeitet. Absolut. Top. Jetzt, du sprachst. Mach es so, dass diese Böse nicht interferen. Und ich schiebe deinen Rett. Verdammt. So, dazu nehme ich aber... 300... 360. Dann nehme ich die hier. Machen sie einfach die Tür wieder zu. So, kommt her, ihr Bastarde. Und wenn ihr den zweiten und dritten durchgemacht, um auf 70 zu kommen, Level 70, dann sind da zum Beispiel die Fässer. Und die kann man dann benutzen, um die Platze zu machen. Du sollst nicht weglaufen? Eigentlich kommen die hierher. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt verglitscht ist oder was. Verpackt. Kommt her, ihr Bastarde. Ihr geht mir voll auf den Sack. satan. Schnipp, schnapp, ist der Kopf ab. So, komm her. Ich habe nicht ganz da Zeit. Ja, da kommen sie. Komm, 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 komm. Zack, ist der Kopf ab. Geil. So, schnell zurück. So, wo sind sie? Wo sind sie? Da hinten sind sie. Hier. Oh, du Behinderter. Oh Mann, muss man euch denn holen? Muss man euch denn an der Hand hierherführen? Ja, hier, 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 hier. Komm her. Komm her. Ja, er hat mich gesehen. So, komm her. Satan, Einschlag und die sind tot. Da ist auch noch einer. Komm her, komm her, komm her. 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 Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her. das ist ja blöd auf der playstation ist das immer gewesen dass die hier dann hergerannt sind sie sind ja richtig dumm dumm sind sie so seid ihr 28 in die richtung 16 so komm her dumm was dumm wo ist mein gumgum hier zuck du schwein wie viel sind da denn da kommen wir krissen ohne kelle spaß jetzt ist es auf was ich hab doch ein bisschen viel gefuttert war so dann gehen wir hier aber auch noch schnell rein ist da auch noch einer das ist ja zum kotzen scheißdreck verfluchter aber ich hab ja genug zum schmeißen und wenn die weg fliegen dann ist mir das egal so was haben wir denn alles einmal zum reparieren hier in der akte top so was müssen wir baseball schläger müssen wir den reparieren die ist aber nicht halt kaputt der hier tatsächlich aber der kostet wieder richtig asche hammer basinger gut dann haben wir alles mal schnell gucken ob hier was zum einsammeln ist zing ja top dann war das das auch schon wieder so mach auf homie so dann haben wir unseren mini panzer unser verstärkten panzerwagen boos boos so 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 we'll take you to the lifeguard he can't protect her not like you can I want you to take her sorry further no way hey is 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 know there Hold on. Damn. Dad! Go on now. And don't you lose hope. Live your life. I love you. Oh, the arme Fatty. Okay. All right. Now you're ready. Go get what we need. Let's see. Okay. Daddy. Okay. Let's go. All set? Let's go. I say we check out the church first. Anyone still alive would probably go there. I would. The church. So. So. Ich muss selbstverständlich fahren. Oh, scheiße. Gleich wieder was gerammt. Oh, diese Autos. Die sind aber auch sowas von. Oh. Oh. Bam. Oh, ich hab nur einen erwischt. Schade. Help me. Okay. So. Hier ein bisschen den Zickzack hoch. Und dann sind wir circa beim Eingang vom Hotel. So. Wenn wir dann links fahren, sind wir beim Hotel. Und beim Tunnel. Und hier oben sind ja die, die Area. Wenn wir da geradeaus weitergehen. Aber. Wir müssen. Wir müssen. Und zum anderen Tunnel. Bam. Oh, super. Alle drei erwischt. Top. Die Points sind unsere. Oh, scheiße, scheiße. Beim Essen gestört. So. Das war das. Oh, alle drei. AllesMarne. AllesMarne. Und hier unten. Also. AllesMarne. Alles ustens Jordaren. Oh, das ist kein Aus ramp über heute. Oh ja. Oh. Oh, was tienes? Oh Scheiße, da ist er. Oh, das ist so hässlich. So. So, da muss ich aber einmal was ändern. Ach, ich kann schon wieder aufleveln. Dann machen wir direkt ein weiter hier. So, ich brauche dann nämlich... So, der ist viel und... Wo habe ich denn die Machete, die 360 ist? Ne, 312. Die packe ich nämlich hier hin. So, dann habe ich hier die beiden starken Waffen. Oh, den kann ich ja auch. Den kann ich... Und ich brauche... Schwerer Hammer. Dann den Nagelhammer. Und habe ich noch einen Hammer? Schaufel, Machete, Blutung... So, was ist das für einer? Ein Schraubenschlüssel, 126. 196. Den packe ich da hin. Gut. Jetzt... Müssen wir den nämlich eben... ein bisschen runterarbeiten hier. So, komm her. Scheiße, verdammt. Zu spät gesprungen. Scheiße, jetzt habe ich den ja schon tot. Verdammt, so schnell sollte das eigentlich gar nicht. Das ist nämlich ein Entschiefment. Wenn ihr bei der Playstation 4... ...den mit einem Hammer... ...mit einer stumpfen Waffe... ...tötet... ...dann kriegt ihr eine Trophäe. Scheiße, zwei Schlage und dann ist er tot. Leicht enttäuscht von dir, Junge. So. Was gibt's hier dann? Hier gibt's ein... ...Kirche. Bunker. Ja, ich bin jetzt da. Frucht nennen wir ihn auch eben. Oh, was haben wir hier denn? Snaggies. Snaggity Snacks. Fruchte. Äh, Früchte. Fruchte. Hier sind noch mehr Snaggies. So. Dann lass mich ihm schnell verkaufen. Samarite, die müssen wir behalten. Hammer. Kommt weg. Rohr, komm weg. Mach mal anders. Rohr, komm weg. Stock, komm weg. Schraubenschlüssel. Lass ich ihn noch eben kurz. Mhm. Basinger. Komm weg. Komm weg. Komm weg. Schraubenschlüssel. Machete. Küchenmesser. So, dann was hab ich denn? Ich bin schon wieder einen aufgelevelt. Das geht ja flott. Ja, ist das ne. Gut. Die beiden kommen auch weg. So. Dann kann ich die beiden nämlich noch im Stellen verkaufen. Hammer. Verkaufen. Und verkaufen. So, was hat er denn zum kaufen? Mhm. Holzknüppel. Schraubenschlüssel. Hackmesser. Nee, das will ich alles nicht. Mhm. Hier liegt nix mehr. Hier sind noch ein bisschen zum Einsammeln. Gut. Ja, okay. Ja, ist was zum Snaggen. Ah, ich krieg da nicht hin, wa? Scheiße, hat er mich. Zu spät weggesprungen. Zack. So, Schlüssel. Glocken aus. Gott sei Dank. Uh. Bauplan war da. Top, das ist ja was. So. Das noch schnell mitnehmen. Und Snaggen hier. So, Mutter Helen. Ja, top. Aber ich würde mal sagen, wir sind nämlich schon wieder bei 32 angekommen. Äh, für dieses Mal machen wir Schluss. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. fish衲��.